es wird kein zucker schlecken ich trau mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig rein zu rasieren dass der held weg ist das ist halt so ärgerlich das tut mir so leid ja also können wir dann damit festhalten dass du den run verkackt hat ja kontest gewonnen hast ja aber dann lass uns doch das nehmen was mich gerade zerstört hat also jetzt sind da die verdammten gruftkönige schon wieder neben mir so meine basalen rennt da mal rein und opfert euch um den hier dezent zu schwächen das ist euer zweck dankeschön pablo für die 39 monate und ganz viel spaß hier weiterhin dankeschön frage wenn man total war 2 bei steam hat aber bei epic 1 als gerade es da bekommen hat über den korn verbunden hat funktioniert das trotzdem dieser modus ich glaube nicht leider nicht das ist ultra ärgerlich aber ich glaube es geht leider nicht kann ich ja gar nicht gut angreifen wenn ich jetzt hier belagere kommt der halt raus damit zwei armeen ich kann ja auch eine zweite so ich mache dir hier so ein bisschen durch gegen die bretonen weil dieser wald muss sauber werden und wir wollen keine menschen in diesem wald haben menschen haben einfach nichts in diesem wald verloren ich sag's euch wie es ist das ist auch nichts persönliches naja schon ein bisschen gut heißen kann hier hä wieso aber sie finden oh die anderen weid elfen finden das nicht so gut dass ich mit den bretonen krieg angefangen habe ups aber eigentlich müsste es die die müssten es mögen ja die durch tun müssten es mögen eigentlich wie die finden das eigentlich immer ganz gut so wir müssen dringend noch was bauen was mehr geld macht das macht mehr geld es geht so ein bisschen die kohle geradeaus das finde ich nicht so schön ich habe eigentlich noch nicht genug geld für zwei armeen aber ich brauche zwei armeen für das was ich da vorhabe ja ich muss auch gerade eine zweite rekrutieren weil diese kathai leute hier tatsächlich auch zwei haben was muss ich da noch ach die burg karason muss ich da unten einnehmen okay wieder was gelernt dankeschön rieke für die 13 monate und ganz viel spaß hier weiterhin dankeschön vielen vielen lieben dank das ist sehr nett danke danke da bekommt man eins gratis muss aber dann doch erst kaufen das das habe ich leider nicht verstanden philbert aber ja das ist tatsächlich ein bisschen bisschen unlucky dass man es dass man es dann trotzdem noch mal neu kaufen muss ich verstehe dass das viele ärgert das ist wirklich nicht der ganze blöch Kann ich den jetzt mit Teleport angreifen? Nee, gerade nicht. Ja, wie dreist die sich immer aufstellen. Das ist schon nervig. Kann ich schon jetzt irgendwas upgraden? Die sind noch nicht Stufe 5. Ein Ambush. Wie lecker. Schade, dass die mich jetzt weniger mögen, weil ich mit dem Menschenkrieg angefangen habe. Ich habe eher gedacht, dass die Waldelfen besser sind als das. Hätte ich jetzt auch gedacht, eigentlich. Ich habe die auch in Erinnerung, als sie hassen die Menschen. Deswegen wundert es mich gerade sehr, dass das gerade nicht der Fall ist, tatsächlich. So. So. Boah, ich glaube, das war ein taktischer Fehler. Boah, ich glaube, das war ein taktischer Fehler. Boah, ich glaube, ich habe mir gerade eine Armee gerippt. Ich hatte gerade einen Brainfart-Moment. Aber nicht schlimm, das ist nur eine Nebenarmee. Ich bin gerade zu einer Ruine gesprungen und dachte mir, ah ja, das haben sicher auch die Beastmen niedergerissen, so wie meine Stadt oben. Und dann bin ich draufgekommen, nee, die Beastmen kamen aus dem Norden. Die Ruine hier unten sind Skaven. Und jetzt stehe ich neben der Skavenstadt. Skaven sind schlimm, warum gibt es die überhaupt? Ja, ich habe nicht mitgedacht. Hups. Ikid ist der Beste. Ja, ich weiß, es gibt einige richtig krasse Ikid-Fans hier. Ja, es gibt einige Skaven-Fans. Ja, ja, ich weiß schon. Aber die mögen halt immer komische Fraktionen hier, der Chat. Muss man ja auch wirklich mal so sagen. Wann geht denn das Reisen wieder? In vier Zügen? Boah. King, die Grünhäute habe ich dich jetzt einfach direkt mit in den Krieg genommen, ne? Ich dachte mir ja schon, dass du das auch gut findest. Nee, noch brauchen wir die nicht. Nächste Runde. Ja, hier gibt es Barbaren. Sehr, sehr gut. Du bist noch am Rekrutieren, ne? Jo. Okay. Ich war mir noch nicht ganz sicher, warum mein Eingriff noch nicht funktioniert. Aber alles gut. Ist nicht aufge... Hat sich nicht aufge... Also jetzt nicht mehr. Jetzt müsstest du angreifen können. Ähm, nee. Nee, ich kann ihn nicht angreifen. Bist du dir sicher, dass es gehen müsste? Ich kann jetzt gleich mal meinen Zug beenden. Moment, ich mach mal alles durch. Nichts mehr machen. Rekrutieren auch nicht. Ich kann die Armee einfach generell nicht bewegen, gerade. Wurde, mein Zug weg. Jetzt müsste es eigentlich... Ja, aber es ist nur... Es ist nur die eine Armee, die sich nicht bewegen lässt. Hat die irgendeinem, äh... Irgendein Held hat sie vielleicht behindert oder sowas? Das gibt's ja. Wo würde ich das denn sehen? Rechts in dem Event-Log? Weltereignisse müsste das sein, oder? Genau. Also eigentlich... Nee, steht nichts. Komisch. Ich verstehe es auch nicht so genau. Also ich konnte auch den Krieg erklären. Er zeigt mir den Bewegungsradius auch an. Aber ich kann... Ich kann... Also ich konnte auch die andere Armee bewegen. Ich kann nur diese eine Armee hier gerade... Ich kann auch umstellen und alles. Sie geht nur nicht. Also es ist jetzt nicht schlimm. Also es ist kein Weltuntergang. Ich würde halt gern in die Siedlung gehen, neben der ich stehe. Schauen wir mal, ob wenn wir jetzt die Runde fertig machen, ob sie danach wieder bewegbar ist. Vielleicht war es wirklich... Wird es einfach nur nicht angezeigt. Hast du die Wurzelnpfeile benutzt? Nee. Ja, mein Chat mag immer die Fraktionen, die ich so am sonderbarsten. Also ganz viele Nörgel- und Ogre-Fans immer. Wobei Skaven kann ich was abgewinnen. Das sind halt so hinterhältige Sackgesichter. Ich sehe mich da schon ein bisschen drin. Wenn die ein bisschen eleganter wären, wisst ihr? Ich mag halt eher die eleganten hinterhältigen Sackgesichter. Und nicht die komischen Ratten-Gesichtigen-Sackgesichter. Das ist ein Unterschied, ein wichtiger. Für manche ist es vielleicht ein Detail, aber... Ah, wir haben hier wieder eine Waldbegegnung irgendwo. Ach, da oben dieses Mal. Ja klar, ich reise da mal eben hin. Ist ja kein Aufwand. Nee, die Armee lässt sich nicht bewegen. Das ist ja komisch. Immer noch nicht. Nee. Jetzt. Ich musste... Ich glaube, das war verbuggt, weil eine Agenteneinheit in mir drinnen stand. Ich bin gerade rausgeportet. Jetzt stehe ich halt echt scheiße, weil ich random überall gedrückt habe, weil ich nirgendwo rauskam und werde wahrscheinlich wipen. Aber zumindest kann ich meine Armee wieder bewegen. Ja, immerhin. Ey, was ist denn heute los? Ey, wirklich. Ich habe heute irgendwie alles Unglück, habe ich gepachtet. Ja, scheint fast so. Das ist wunderbar, ey. So, Leute. Nächste Runde. Die Chaosgötter sind hier ja nicht gewogen. Nee, echt nicht. Heute ist echt. Nächste Runde gehen wir mit zwei Armeen rein und holen uns die Kreuzung des Drachen. Gerade ist nicht mal eine Armee drin. Gerade dürfte es sogar einfach werden. Aber falls ja das, wenn man was reingeht, brauchen wir halt zwei Armeen dafür. Ja, und jetzt vibet meine Armee. Ah, ist das blöd. Ah, das ist so ätzend. Ich wollte halt in der Runde vorher, wollte ich seine Armee, die im Marschus abfangen und konnte sie nicht angreifen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Und jetzt bin ich rübergeportet. Wollen wir nochmal laden? Nee, ist alles gut. Also, ist halt immer wahrscheinlich ein verpackter Zug gewesen. Bringt ja nichts, wenn wir es neu laden, dann ist es wieder verpackt. Aber ist halt echt, also, ist halt ein bisschen der Wurm drin einfach. Ja. 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 Nee, das schaffe ich auch nicht, wenn wir das selber spielen. Nee. Nee, nee, nee. Keine Chance. Die sind zu stark. Und das Risiko ist auch zu hoch. Ja, wobei. So rum. So rum kriegen wir es hin. Okay, wir müssen was gewinnen. Okay. Mannhafte Niederlage. Gegen Horden von Orks. Okay. Ab geht's. Wir müssen das versuchen. Also, was mich interessieren würde, ist, schaffen wir es, diese drei Einheiten zu töten, bevor die Verstärkung kommt. Ich meine, wir haben jetzt diese ekelhaften Waldelfenbogen-Schütze. Das müsste eigentlich gehen. Ja. Das wäre ultimativ. Die andere Einheit, die nachkommt, ist Half-Life und kommt im Marsch nach. Das heißt, die müsste auch erschöpft sein, wenn sie ankommt. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das gerade wieder der Morati-Zug ist, den ich gerade mache. Warum kommen da jetzt drei Armeen? Waren es nicht zwei? Eins davon vielleicht irgendwie eine Stadt-Garnison oder sowas? Es scheint auch irgendwie zweimal exakt die gleiche Armee zu sein. Nee, es sind zwei unterschiedliche. Was ist VARG? VARG-Armee? Äh, das ist die, die Orks können sich so eine zweite KI-Armee dazurufen. Ah, deswegen. Ja, dann wird das sehr spannend werden jetzt. Wir müssen die jetzt töten davor, sonst sind wir RIP. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wenn ihr die drei Einheiten tötet, bevor die andere Armee kommt, kommen sie nicht nach. stirbt die andere Idee, die im... Okay. Ja, ja, genau deswegen. Das wäre ja geil. Das wäre quasi die Idee dahinter. Oder das war die Idee. Aber ich habe trotzdem nicht damit gerechnet, dass es drei sind. Aber wenn wir das schaffen sollten, dann wäre halt richtig sick. Wir müssen gucken. So weit vorne wie möglich. Ja. Kann irgendwas von dir in die Vorhutstellung? Äh, doch ja, die. Oh, sogar richtig nah dran. Ja, ja, das... müssten die Dinger sein. Sehr schön. Das kriegen wir schon hin, oder? Gut, und das ist reine Fernkämpfer. Ah, okay, sie ist immer getarnt und schießt in der Bewegung. Okay, lustig. Gut, wir schaffen das. Ja, das kriegen wir schon hin. Gut, eins ist ja nur ein Trupp Goblin-Bogen-Schützen. Die sind richtig schnell weg. Sisters of Twilight! Es ist destined. My bow hungers. Behold nature's wrath. Seizing the position. They must fall. Ethel Loren! Eine Lose haben wir noch. Es sind leider zwei Helden, die halten ganz gut was aus. Aber bald, stimmt gar nicht. Der rennt auch. Die kommen wieder. Direkt wieder wegrennen lassen. Oh, oh, 16 Sekunden. Ich hab gewonnen. Echt? Ja. Ja, ja, ja. Wie geil ist das denn? Ja, 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 ja. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und ist jetzt wirklich eine Armee einfach weg? Ich weiß es nicht, aber zumindest haben wir gerade das, die haben wir gerade rausgenatzt und das war sehr wichtig gerade. Geil! Aber knapper Sieg finde ich auch sehr gut beschrieben auf jeden Fall in der Situation. Mit neuen Verlust. Sie zählen jetzt, glaube ich, aber alle als geschlagen, ne? Oder flieht nur das Hauptding? Boah, das weiß ich gar nicht. Eigentlich ist das eine gute Frage. Nee, nee, die anderen sind, glaube ich, nicht weg. Die anderen sind immer noch da. Aber es zählt, weiß ich gerade gar nicht. Ich meine, ich hab gerade eine echt coole Einheit bekommen, auf jeden Fall. Du müsstest auch ziemlich viel Gold und Erfahrung bekommen haben. Alter, da ist ja... Hä, wo ist denn denn? Die sind weg? Die sind alle beide weg? Waren die beide im Marsch? Nee, weil das eine Walk-Armee war. Die hat es zu der anderen gehört, glaube ich, oder? Das heißt, ich kann da jetzt nachsetzen und die drei quasi im Auto-Resolve auch nochmal finishen. LOL! Wie geil ist das denn? LOL! Das ist ja crazy! Das hatte ich auch so noch nie. Ich spiel das seit Total Warhammer 1 und hatte so eine Situation noch nicht. Die Walk-Armee ist Teil von Grom's-Armee und dann auch weg. Ja, ich hab noch nie Orks gespielt, aber wie geil! Das ist ja... Das ist ja großartig. Wo bin ich jetzt nochmal? Wo ist Village? Alter! Also, ich wusste theoretisch gesehen, dass die Verstärkung nicht nachrücken kann. Aber ich wusste nicht, dass die sterben. Das ist ja... Das ist ja... viel zu lächerlich. Wir haben gerade drei Armeen zerstört, indem wir drei Einheiten getötet haben. Okay. Leute, ich hab eine Regelfrage. Also, ich krieg das hier ja mit normalem Marsch, bring ich ihn ganz knapp nicht an diese Stadt, wo ich ihn gerne hätte. Kann ich nach dem Teleport nochmal Marsch machen? Um dann vielleicht da hinzukommen, weil der Teleport bringt mich etwas weiter als die normale Bewegung. Nee, ne? Das heißt, ich komm da nicht hin. Das ist nicht Cheaten, meine Freunde. Das ist eine Game-Mechanik. Ja! Das ist tatsächlich eine valide Game-Mechanik. Absolut. Um das runter zu... Also, um ein bisschen zu nerven, dass du dich einfach nur mit drei Einheiten Leute in irgendwelche Schlachten verziehst und da 30 Armeen hinterher ziehst. Deswegen musst du ein bisschen quasi mehr darauf achten, wie du deine Armeen aufteilst, wenn du wo angreifst. Ja, hat die KI halt total gefehlt. Das ist halt auch so ein bisschen ihr Problem. Das ist auch actually alles, was ich gerade gebraucht habe. Nachdem ich gerade so hart gewebert habe, ist es sehr schön, dass ich... jetzt hier an der Stelle wieder einen guten Moment hatte. So, jetzt nächste Runde will ich jetzt bitte diese... diese Siedlung hier endlich haben. Leute, die gehört mir. Rechtmäßig Villages. Wie alles Village gehört. Selbst der Körper meines Bruders gehört ja rechtmäßig mir. Das ist ein bisschen schief, aber man muss erst mal so eine Situation finden. Du hast jetzt die Situation nicht absichtlich hergeführt. Ich habe sie nicht absichtlich provoziert. Ich hatte sie. Das passiert halt. Ja. Außerdem darf man ja auch nicht vergessen, ich bin in der Situation auch nur deswegen gelandet, weil ich tatsächlich einen Bewegungs-Bug hatte und reingeportet bin in drei gegnerische Armeen und ich war so, oh fuck. Also, gib mir diese kleine Sekunde. Das muss ich jetzt auch mal sagen, lieber Chat, ne, gönnt halt auch mal. Also, ne, nur mal so gesagt. Nee. Das tun sie nicht. Okay, jetzt ist der hier sogar geflohen. Nee, der hat hier den, den, den anderen Typen mitgehauen. Und jetzt sind meine Verbündeten hier und belagern diese Siedlung. Und ich kann mit Village hier runterziehen. Das ist ja fantastisch. Nicht der ganze Chat ist gegen euch immer diese Verallgemeinerung und ich gönne euch den Spaß. Ja, dann sei das korrekt zurückgenommen. Der Chat gönnt. Sehr gut. Okay, ich habe jetzt neue Missionen bekommen. Gewinnt drei Schlachten gegen das folgende Volk, Zwerge. Überfällt oder reißt die folgende Anzahl Siedlungen nieder. Zehn. Gewinnt folgende Schlacht mit. Ach du Scheiße. Ja, das sind auf jeden Fall interessante Aufgaben, die ich jetzt hier bekommen habe. Ähm. Ich habe gerade ein bisschen eine traurige, eine traurige Voice-Line von meinem, von meinem Charakter gehabt, die irgendwie ein bisschen sad ist. Oh nein. Er hat seinem Bruder zugebrüllt. Tommen, du Narr, sie verachten uns doch alle. Was irgendwie auf einen traurigen Konflikt hindeutet, dass der Typ, der die Fleischpuppe quasi, die Fleischpuppe, irgendwie gerne, irgendwie eine harmonische Koexistenz mit seinen Mitmenschen führen würde. und von der Made auf seinem Rücken und ihrer Paranoia dazu gebracht wird, Blutrünstig durch die Lande zu ziehen, weil der so überzeugt ist, dass er eh nur Hass erfährt. Das ist ja schlimm. Das tut mir jetzt richtig leid. Also nicht leid genug, um von meinem Vernichtungsfeld zu gehen, abzulassen oder sowas. Ich wäre auch enttäuscht, wenn du von irgendwas ablassen würdest, deswegen, also. Ja, nee, nee. Wenn der Chat ein Charakter in Crusader Kings 3 wäre, dann wären die Persönlichkeiten sadistisch, unersättlich und hinterlässlich. Aber auch liebevoll. Und manchmal, wenn man Warhammer spielt, manchmal auch ruhig. Und auch zufrieden. Unser Chat ist ein bisschen bipolar, wenn es eine Person wäre. Ey, ey, Pia, ich bin gerade absolut fasziniert, dass tatsächlich meine Vasallen Haben sie was geschafft? Sie haben eine Siedlung und eine Armee geschafft. Das gab es ja noch nie. Geil. Ich bin... Ich bin fasziniert. Fasziniert. Also Respekt. Wie geht das denn? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, und das war ein Fehler. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist passiert? Minus 3481 Gold. Oh, oh. Aber Armeen kannst du ja auflösen, oder? Ja, Armeen muss ich auch. Also... Wer soll sich das leisten? Frage ich. Wer soll sich diese... Aber da merkt man auch, wie krass... Also an sowas merkt man immer, wie krass die KI cheatet. Wenn du eine Konföderation eingehst und plötzlich minus 3000 machst und du dir einfach denkst, so, okay. Das stimmt, ja. Das ist krass. Dankeschön, Ramma, übrigens für den Prime und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön, dankeschön. Das ist sehr, sehr nett. Vielen lieben Dank. So, Village hat sich jetzt auch mal ein bisschen gegönnt hier. Ja. 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 Ich kann die auch besetzen. Warum kann ich diese Einheiten nicht entlassen? Warum kann ich meine Einheiten nicht entlassen? Das ist kritisch. Wenn ich meine Einheiten nicht entlassen kann, habe ich gleich ein ganz anderes Problem. Das ist doch komisch. Dann müssen wir jetzt einfach blind Krieg führen. Ich bewege... Ja. Ich habe ja gegen irgendwen hier oben... Gegen die habe ich... Nee, das ist Vampirküste. Ich muss ja auch Zwerge töten. Da oben. Da wollen wir hin. Kriege ich die jetzt rausgeschmissen? Ah, da. So, jetzt sagt er mir theoretisch gesehen, ja. Aber... Jetzt könnte ich auch eine Runde noch... Ah, aber ich bin dann direkt im Minus. Dann habe ich direkt Verschleiß, ne? Ich habe dann direkt Verschleiß. 14, 20... 14... Okay. Die wird auch erstmal länger brauchen, um... wieder klarzukommen, die Armee. dann endlich mal jetzt hier Krieger verbessern. Barbaren des Ziehen nicht zu Chaos-Kriegern des Ziehen nicht. Das ist wundervoll, Leute. Okay, das kann ich ausziehen. Ich mache das. Komm, das kostet mich jetzt zwar dann Versorgung und so, aber es ist einfach zu geil. Man muss es machen. Was denn die können zu dem werden? Das wusste ich auch noch gar nicht. Witzig. Eine traurige Barbaren-Trupp ist hinter allen anderen und darf nicht aufsteigen. Das ist auch ein bisschen ein trauriger Moment für sie. Twilight Twins! Ich versuche irgendwie gerade meine finanzielle Situation in den Griff zu bekommen. Und ich sag's dir ganz ehrlich, das ist echt eine Herausforderung. glaube ich schmeiß die auch einfach nochmal raus. Also ich kann's mir leisten auf jeden Fall eine Runde die Armee zumindest ansatzweise so zu behalten, wie ich sie habe. Ja, so. Aber dann muss ich jetzt direkt da oben eine Schlacht gewinnen, sonst wird das nix. Manche von Villages Fähigkeiten sind sehr komisch benannt. Also erstmal ist ja bei diesen Chaos Champions alles so sehr komisch. Diese Einheiten Buffs beziehen sich immer so auf dämonische Nahkampfeinheiten, die nicht fliegen. Also immer so sehr sehr spezifisch nicht dämonische Geschoss Kavallerie und Artillerie. Aber was total komisch ist, wie sie benannt sind, Höllenfeuer geht nicht auf Horrors, also nicht auf Dämonen, weil nur nicht dämonische Geschoss Kavallerie und Warpfeuer macht für dämonische Fernkämpfer Nahkampfabwehr. So total komische weirde Buffs, die du gar nicht willst. Deswegen gehen wir da nicht drauf, sondern wir gehen auf Höllentor und Zinnigs Feuersturm. Das klingt besser. Was wollen wir zuerst? Höllentor oder Zinnigs Feuersturm? Ich glaube, noch eine Armee habe ich jetzt nicht, oder? Ja? So, genau, da haben wir jetzt die besseren Waffen ausgewählt und den besseren Talisman. So, und dann haben wir den Dude und den Dude und den Dude dann bekommst du die Riesenklinge und die Zauberresistenz. Okay, und dann haben wir die Krone der Herrschaft haben wir sogar zweimal. Dann bekommst du die auch noch. Na gut. Ey, das wird echt eine Herausforderung mit den Armeen jetzt so. Ich bin gespannt. Das ist auch ein klassisches Webern, so ein Bündnis eingehen, das mega geil klingt und dann bringt es dir Nachteil. Ich habe eine Quest abgeschlossen, weswegen ich das eingehen konnte, deswegen musste ich es annehmen. Ich konnte nicht quasi irgendwie sagen, ja, okay, fuck it, machen wir erst nächste Runde, weil es, wie gesagt, eine Questfunktion war. Die Einheiten hassen mich eigentlich, also meine Nachbarn, die anderen Waldelfen mögen mich alle nicht. Wegen dem Krieg mit den Menschen, was ich nach wie vor nicht verstehen kann, weil ich die Waldelfen immer noch als so als Menschenhasser eigentlich, ne, ja. Komplett, ich verstehe nicht, warum die nicht, also, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich auch, gebe ich zu. Vor allem die Triaden oben waren eigentlich immer mega krasse Menschenhasser. Die hassen ja sogar Waldelfen eigentlich, die hassen ja alles. Aber, bisschen komisch. Verstehe ich auch nicht. Pia hat die Konföderations- Smiley vergessen. Konföderations- Smiley? Meist ist ein Konföderations- Smiley. Ja, auch lange nicht mehr konföderiert. Ich weiß nicht, ob du da erstmal auch minus Geld bekommst für eine Zeit. Die Chaos-Krieger können alle gerade nicht konföderieren, deswegen kann ich selber mich gar nicht damit befassen. Die können sich auch nicht mal gegenseitig konföderieren. Das wollen sie vielleicht später nochmal patchen, aber aktuell geht das tatsächlich gar nicht. Ah, Orion hat seinen Nicht-Angriffspakt gegen mich beendet. Recht, äh, Diplomatie-Mali sind das. Darum geht's nicht, Leute. Es geht darum, dass Pia sehr viel Geld Minus hat, weil sie so viele Armeen jetzt hat. Wer greift mich da an? Die himmlischen Loyalisten. Okay. Knapper Sieg. Verliere ich da was? Bisschen was. Den Diplomatie-Mali habe ich im Blick. Das ist das ist fein. Ähm. I want my money back. Ich weiß nicht, ob wir das kämpfen sollen. Dann würden wir deine Einheiten das erste Mal sehen. Ja, es ist recht, ich habe jetzt hier, mich greifen vier Kassai-Armeen an. Das ist Alle so Bauern-Einheiten und so haben. Und ich weiß nicht, ob es schlauer wäre, das zu kämpfen. Hallo, Emelina. Ich würde halt laut Berechnung nicht viel verlieren. Also ein paar Einheiten wären weg, aber nicht viel. Es sind halt weitgehend, es sind nicht nur Bauern, es sind auch einige Jade-Krieger, viel geschwächt auch. Es ist schwer zu sagen gerade, ob das, äh, ob das jetzt schlauer zu kämpfen oder aber wir wollen natürlich tatsächlich eigentlich gerne mal die Village in Aktion sehen. Ich speicher mal zur Sicherheit und gebe euch ins Brot und Spiele. Gib uns Brot und Spiele. Finde ich gut, dass du dich dafür opferst. Ja. Da fangen wir auch mit der schwachen Armee an. Die Village-Armee kommt erst später. Alter, mein Chat ist so gemein. Da hast du die Möglichkeit noch einen von Maurice-Helden zu töten. Ich hab das ja nicht absichtlich gemacht, Mann. Ich hab das ja nicht absichtlich gemacht. So, das wird jetzt ein bisschen, äh, interessant alles, weil wir haben hier diese schwache Armee und Village kommt von da links gleich und die Feinde kommen von da rechts. Das heißt, ich bewege diese Armee mal hier nach links hin und die macht auch nix, bis Village da ist. So. Hier sehen wir da noch keine interessanten Einheiten, außer einen Trupp Barbaren des Zinch, die sich nicht mal nennenswert, glaube ich, unterscheiden von normalen Barbaren. Doch ein bisschen schon. Chaos-Trolle sehen aber auch cool aus. Die werden später noch gepanzert, also die Village-Armee müsste eine gepanzerte Form davon haben. Wo sind die Zinch-Dinger? Barbaren des Zinch, ah. Ja, genau, das sind noch nicht so spektakulär. Village hat ein paar ganz coole. Die sehen nicht viel anders aus bis jetzt. Nee, nee. Aber sie haben coole Tattoos. Das stimmt. Diese blauen Tattoos. Aber jetzt kriegen wir gleich coole Zincheinheiten hier einmarschiert. Ich bin sehr gespannt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Zinch! Oh. Gut, das sind die aufsteckenden Champions. Da ist Village. Guckt ihn euch an. Er hat Spaß am Leben. Da sind die Verstoßenen. Die kennt man schon. Da sind die Chaos-Trieger des Zinch. So hässlich. Es tut mir leid, aber was ist das? Ja, ich mach mal kurz jetzt Pause, dass wir uns hier orientieren können. Also der Feind ist da oben, der kriegt auch gleich seine Verstärkung. Du hast so ein Feder, so, du bist auch so ein Federvieh, so ein bisschen. Ja. Boah, ich weiß ja nicht. mein Chat schreibt gerade, das passiert, wenn man Bandwürmer nicht behandelt. Das ist ja, ihr seid alle ganz, ganz schlimm. Ah, und du hast gepanzerte Chaos-Trolle, die sehen cool aus. Und lustige rosa Blobs mit sechs bis, vier bis sechs Beinen. Man kann es nicht allgemein formulieren. Manche haben mehr, manche haben weniger. Oder? Ja, die haben da so, eins, ist das auch noch ein Arm? Nee, das ist kein Arm. Eins, zwei, drei. Nee, der hat fünf Arme. Ich glaube, die korrekte Menge an Armen ist fünf. Eins, zwei, drei, vier. wir das geklärt haben. Aber insgesamt sechs Beine. Also drei, drei bis vier Arme und drei, äh, und zwei bis fünf, nee, drei bis vier Arme und zwei bis, ich, ich kann es nicht sagen. Zwei bis, das ist eigentlich nur zwei Beine, oder? Ist das ein Bein? Nee, das ist ein Schwanz. Das ist, nee, das ist ein Arm. Was, 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 was tust du denn da die ganze Zeit jetzt hier? Immer nur am, am komisch irgendwie rumkritisieren. Ich kritisier doch nicht, ich versuch, die Arme zu zählen. Okay, okay. Aber es sieht halt auch so gut aus. Also die, die sehen so geil aus, wenn sie vorwärts laufen, weil sie halt so undefinierbare Menge an Gliedmaßen hat. So, ich würde dir so ein bisschen die Flankentruppe geben. Das sind die Barbaren und die Trolle. Die sind auch schon in Bewegung. Wir gehen jetzt da hoch auf diesen Berg und stellen uns den Gegnern dar. Und, wir wollen auf diesen Berg hoch. Ja. Gehen wir oder laufen wir? Wir rennen tatsächlich, weil die Gegner sind auch gleich da. Jawohl. Dann, ich bin bereit. Also das war wirklich überhaupt keine Kritik. Ich wollte es einfach nur, die laufen halt so lustig. Die sehen ein bisschen aus, wie wenn Kaugummis, wenn Kaugummis Persönlichkeiten wären. Ja, das stimmt. Ich finde die cool. Ich finde die trotzdem cool. So, also hier haben wir unseren guten Freund Village in seinen rosa Blobs drin. Forget it. Ach, die Feinde kommen von da rechts? Ja, genau, deswegen. Weil sie sind aber Angreifer, das heißt, sie müssten zu uns kommen. Du vielleicht auch ein bisschen was in den Wald da bekommst, da wo du dann sie aus der Flanke angreifen kannst, wenn sie sich hier auf mich zustürmen. In welchem, in welchem Wald? Der da rechts von uns. Aber dann muss ich ja von unten angreifen. Das stimmt, das stimmt. Boah, weiß ich nicht, ob das so strong ist. Oder den da links oben am Berg. Dann müssen wir viel weiter vorkommen noch, ne? Das stimmt, aber die Gegner ist dann anscheinend noch weit weg. Das heißt, ich meinte gar nicht den da ganz vorne, sondern hier direkt. Warte. Ach so, den hier. Genau. Das ist immer noch ein bisschen suboptimal, weil wir immer noch hier von unten, und der Gegner kommt hoch. Ich glaube nicht, dass das so prickelnd ist, weil die... Du musst mal Pause machen. Wo würdest du denn jetzt hingehen? Äh, also, äh, wo ist denn mein Stift? Wo ist denn meine Stiftfunktion? Die sind oben links, glaube ich. Ne, da ist nur ein Ping. da ist der Stift. Ja. Ähm, also, ich hätte halt gesagt, dass wir uns halt, wenn wir es noch schaffen, eher so hier platzieren. Also, dass das quasi die Linie ist. Mhm. Und dass ich mich halt vielleicht hier reinsetze. Weil dann kriege ich halt, wenn wir drauflaufen, kann ich halt so drauflaufen. Und das ist halt bergab. Ja. Zumindest so ein bisschen. Also, so quasi wäre bergab. Weil, wenn ich da hinten bin, boah, dann wird es schwierig werden. Probieren wir es. Aber ich gehe nicht mit meiner ganzen Armee da rein, oder? Äh, wahrscheinlich nicht. Weil der, weil das, glaube ich, nicht groß genug für die ganze Armee. Das stimmt. Das ist also aus dem Kaugummi-Automaten von damals passiert, leben jetzt als Rose Horrors. die sind da ein paar Jahre schon drin, ne? Jetzt kommen hier schon welche. Naja, aber es sind nur Pferde, die sind wie Liquid. Stimmt. So Bauernreiter von Kasai. Aber wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass Trolle zu groß sind, um in Deckung gehen zu können in einem Wald. Verdammt. Aber sie sehen sexy aus in diesem Wald. Also, baldig. Immerhin. Oder? Da. Ne, Blödsinn. Ist versteckt. Doch, geht. Musst nur stehen bleiben. Alles fein. Sie sind unsichtbar. Niemand hat sie reinlaufen sehen. So, jetzt kann ich hier direkt mal mit den Horrors anfangen, den Feind wegzuschießen. Das dürfte ziemlich lustig werden. Ich glaube, Horrors gegen Kasai, Bauernbogenschützen im Fernkampf, ein schönes Matchup. Ja, guckt euch das an. Das ist geil. Das ist zinig, Leute, das ist so großartig. Schaut euch an, wie ihre Lebenspunktebalken schmelzen, während bei mir nur der Schild runtergeht. Ich komme schon vor, du musst nicht nach hinten ausweichen. Jawohl. Das ist so großartig. Ich bin zu spät, das ist zu spät geschickt. So, dann wir hatten unser Nachkommen die Linie vor. Oh Gott, da hinten ist noch mehr Armee. Maurice, ich habe mehr Armee gefunden. Das wird schon alles. Ich brauche links oben dringend Hilfe. Links oben, oh, okay. Ja, ja, ich habe Armee gefunden, das meinte ich damit. Die waren da im Nichts und das Problem sind, dass da Bogenschützen drüber schießen und ich kann nicht, ich habe nichts gegen die Bogenschützen. Ich habe nur Nahkampfeinheiten. Also die Bogenschützen, die hier sind, die kriege ich alle, aber dahinter ist so eine Bauernbogenschützeneinheit, die halt Free Damage auf mich bekommt. Chaos Marauders! Ich kriege Horrors hin. Oh, Village hat hier gut reingeballert. Was ist hier unten? Ja, das ist hier unten. Was ist hier oben? Your will! The dark gods command me! Ha! Your will! Chaos Marauders! boah das ist ein echt unangenehmer kampf ja das sind viele ja vor allem ist die moral nicht so aber bei ihnen auch nicht die sind auch gerade gut am wegrennen niemals trolle nur normal infanterie angreifen lassen ich hatte nicht vor mit denen anzugreifen leute er hatte das doch gesehen so der plan war ja dass ich flankiere und auf die hauptarmee drauflaufe ich wusste nicht dass hier armee ist ich wollte quasi nur hierhin und dann rechts reinbiegen und bin dann da eine zweite armee reingelaufen und ich kann den halt nicht den rücken zu kehren ich kann ich einfach sagen okay dann doch nicht so ich musste rein das war nicht der plan da rein zu laufen eigentlich der plan was a different aber da die halt bei mir in den wald reingekommen sind konnte ich auch nicht mehr heimlich im wald stehen bleiben ich mache mir ein bisschen sorgen um die schlacht gerade um ehrlich zu sein aber du hast gespeichert ne ja wir haben aber auch oben dafür ziemlich gewonnen da rennt gerade sehr sehr viel ja ich habe meine meine flanke leider verloren wie macht man das dann im optimalfall mit rollen wahrscheinlich oh mein gott wenn du mir was gesagt hat das hätte ich die einheit dann nicht reingeschickt das sind ja alles nur barbaren ja aber die sterben aber guck was von den anderen stirbt alter schau dir die blutlache an die da jetzt nimmt es in kauf im normalfall ist da war mal ein feind da war mal ein problem jetzt ist da keins mehr jetzt hat geregelt jetzt liegt der gulasch am boden EU guckt das euch an wie machte ich das normalerweise dann mit den viechern mit den mit den chaos trollen also wahrscheinlich trolle zuerst rein damit sie die einheiten brechen und dann infanterie direkt hinterher i guess oder ja ja in sperre wollte ich eigentlich auch gar nicht rein also wir wollten wir wollten also eigentlich wollten wir in die bogenschützen das war der plan der plan war eigentlich seitlich in die bogenschützen rein zu rennen also die armee kam ja quasi so hier und ich wollte mich halt hier vorbeischleichen und wollte dann hier so seitlich in die bogenschützen rein und dann war auf der anderen seite in der armee aus sperren und bogenschützen und ich war so ok fuck das war das war leider der struggle aber dann habe ich es richtig im kopf gehabt ihr sagt erst infanterie andocken lassen und dann die trolle rein die laufen mit ihrer großen masse durch die infanterie okay also andersrum alles klar dann habe ich was gelernt nicht die trolle zuerst also nehme ich mir nicht die herr der ringe filme als beispiel die schade ist die schade ist die schade ist Du hast dann noch eine gesunde Chaoskriegereinheit, die nur rumsteht, an der Flanke, genau. Ganz, ganz grundsätzlich gesprochen, Leute, ich bin kein Fan von Keysellern, deswegen Frage zu Keysellern ist hier nicht wirklich erwünscht, weil ich Keyseller es unfassbar problematisch sehe. Ich möchte niemanden verurteilen, der über Keyseller Spiele kauft, aber ich persönlich bin kein Fan davon und möchte auch keine Werbung für Keyseller machen, weil ich Entwickler gerne selber und direkt unterstützen will und das über Keyseller nicht der Fall ist, weil die halt teilweise über sehr problematische Wege ihre Keys bekommen. Deswegen bitte nicht Werbung oder Fragen zu Keyseller in mein Chat packen. Wenn die Trolle frontal reinstürmen, dann werden die von der Infanterie umzingelt haben, maximale Angriffsfläche. Aber frontal ist nicht so gut, eher trotzdem von hinten, oder? So, Village hat auch sein Ding wieder aufgeladen. Der Zauber ist übrigens nicht neu, Leute, das ist kein neuer, aber er macht immer wieder Spaß und ist kein Village-Zauber. Oh, ich finde das total süß, dass die Kavallerie versucht hat, hier von der Seite zu deinen Leuten reinzukommen und einfach direkt in meine Trolle reingelaufen ist. Sehr schön. And here we go again. Ja, das wird nichts. Mit der Kavallerie kommt ihr nicht durch die Trolle. Aber, was mir nicht so gefällt, sind die Speere. Ja, da oben ist auch wirklich allgemein noch einiges. Ja, deswegen sind wir hier. Also, wir sind bereit, aber wo bist du? Ich komme. Also, ich bin auf jeden Fall bereit, hier nochmal reinzugehen, aber ich möchte nicht alleine reingehen, weil sonst opfer ich die einfach nur. Ich bin auf dem Wege. Ich habe auch Bock, da nochmal den Zauber reinzugehen. Ich würde gerne diese Heldin hier weghauen mit Village. Komm, das wäre doch geil. Jawoll, ein Kommandant weg. Uh, die haben da so... Ja, ich muss da hinten rein. Ich komme da. Ich bin, glaube ich, nicht stark genug, um da alleine reinzukommen nochmal. Boah, wir müssen. Okay, wir müssen. Das gefällt mir, was du da gerade gemacht hast. Das hat gut gesessen, glaube ich. Das hat richtig gesessen. Und jetzt geht Village rein. Ich laufe mit den Trollen gerade so ein bisschen weg, weil hinter mir sind diese helle Baden und Sperrdinger. Und ich will die nicht. Die wollen mich gerade, aber ich will die nicht. Ich gehe mal ein bisschen da nach unten. Ja, ne, ich fange die ab. Und ich hoffe, ich komme hier weg, weil die Bogenschützen mögen mich auch nicht. Aber ich glaube, aha. Aber schau, was da alles wegrennt von denen. Zumindest. Die gepanzerten Chaos-Trollen habe ich dir lebendig rausbekommen noch. Sehr gut. At least something. Ja, ich will. Komm, lass mal noch ein bisschen hier, Village. Ihr steht in die falsche Richtung, meine Freunde. Die gepanzerten Trolle sind ein bisschen mehr wert, ne? Ja. Die Normalen sind eigentlich ziemlicher Crap. Die sind eigentlich nur dazu da, um aufgelevelt zu werden und dann mal zu gepanzerten zu werden. Aber ich bin allgemein kein Fan von den Chaos-Trollen, muss ich sagen. Die haben mich schon ein paar Mal so ein bisschen enttäuscht auch von der Performance her. Ich glaube, man muss die nur richtig spielen. Ich habe das auch noch nicht ganz raus, aber der Chat hat mir ein paar gute Tipps gegeben. Das könnte zukünftig besser werden. Dankeschön, God of Lizard, für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Es läuft gut, Huxi, nachdem wir schon mal neu starten mussten, weil ich gewebert habe. Das haben wir. Das war eine blutige Schlacht. The gods demand it. So. Ich bring deine Trolle in Sicherheit, weil die sterben sonst, wenn ich die Nummer reinschicke. Jawoll, da haben wir es. Die dürfen nach Hause gehen, die Trolle. Oh. Ui, ui, ui. Aber das war doch mal... Die Leute wollten ja auch mal ein bisschen eine fette Schlacht haben. Äh, die war schon geil. Die war schon geil. Ja. Ein bisschen Verluste gab es. Du hast gegen vier Armeen gekämpft, ne? Ja, ja, ich weiß nicht. Das war schon echt krass. Die alle hergekommen sind. Äh, und... Das war das Gegenteil von dem Kampf, den ich vorhin geführt habe. Oh, schön. Jetzt will ich aber auch richtig viel Gold haben, Leute, für den Sieg, ey. Vier Armeen aufgerieben. Achttausend Gold. Solide. Wir haben auch kaum was dauerhaft verloren. Wir haben zwei Horrors dauerhaft verloren. Einen Trupp Trolle. Das ist doch absolut im Rahmen. Aber die schlechten Trolle. Ja. Es waren die schlechten. Hallo Topperl. Wundervoll. Weil mein Kampf quasi... Ähm... Erzwungen wurde und ich den so gar nicht haben wollte. Hat Village 1000 Kills gemacht? Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Okay. Ja, ich mag ihn, glaub ich, mehr als Sigwald. Ich muss es offen zugeben. Ich muss es ganz offen zugeben. Oh, geil. Und mein verbündeter Vassal hat direkt das Tor besetzt. Ey, auf einmal sind die richtig am Start, die Vassalen. Das kenn ich ja so gar nicht. Das ist ja faszinierend. Ich bin ja ganz begeistert, Leute. Dann holst du dir jetzt ein bisschen noch hier dieses legendäre Söldnerregiment. Village. Mein guter Mann. Mein guter Kamerad. Und noch ein Trupp Horrors rein. Das ist ja fantastisch. Oh, hier ist Miao Ying. Okay, das könnte ein Problem werden. Ich komme nicht bis zu den Wurzeln... äh, bis zu meinem Wald rüber, glaub ich. Hm. Sind die nicht weit genug im Wald drinnen, damit ich mit denen reisen kann? Ich will, mit dieser Armee würde ich jetzt gerne da rüber reisen. Doch, das geht so. Cool. Und dann möchte ich... hier von denen alles da rüber ziehen. Und den Charakter rauswerfen. und damit Geld sparen. Das gefällt mir. So, dann haben wir jetzt hier einmal Geld gespart. So, und was mache ich jetzt mit der? Scheiße. Ich verliere das halt, wenn ich gegen die kämpfen muss. Ich kriege halt so ein krasses Minus gerade bei allen anderen Waldelfen. Wegen meiner Konfederation. Die haben richtig gar keinen Bock auf mich gerade. Ich werde versuchen, mich da jetzt vorzu... ...dingsen. und ich hoffe, dass ich es nächste Runde schaffe, rüber zu springen, um da zu fliehen. Meine finanzielle Situation sieht auf jeden Fall eher scheiße aus gerade. Aber das kann ich nicht verhindern. Ich habe leider keinen Code mit Warhammer, nee, ich habe leider kein Placement mit Warhammer gerade. Wir spielen das einfach, weil wir Bock drauf haben. Dankeschön, Janivia, für den Primes-Up. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das klingt sehr nach Gratis-Mentalität, Pia. Und Dankeschön, GT Mighty, für die fünf verschenkten Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Das ist total nett. Dankeschön. Also was heißt, ohne dafür zu bezahlen? Ich trage die Bürde der ewigen Eiche, in der ich mich ja offensichtlich dazu freiwillig gemeldet habe, die mächtigste und wichtigste Waldelfe zu werden. Das stimmt. Das stimmt, das ist richtig. Also ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein Eis. Das habe ich mir verdient. Das hast du absolut. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Toll, der kriegt diesen Zauber automatisch. Ich habe den gar nicht drauf skillen müssen. So, Leute. Also. Also Village ist geil. Das ist mein Fazit des heutigen Tages bislang. Nicht das originellste Fazit vielleicht. Aber muss man ja auch nicht immer, ne? Chaos-Trolle dagegen sind scheiße. Die will ich eigentlich nicht mehr. Das ist mein Fazit des heutigen Tages. Ich bin bei Chaos tatsächlich ein großer Fan von diesen Skills, die mit denen die Helden Erfahrung geben, weil Erfahrung so wichtig ist für die Einheiten. Deswegen gehe ich, glaube ich, ein bisschen darauf, obwohl ich eigentlich das hier noch... Eigentlich würde ich ihn gern auch zum Kämpfer machen, aber da gibt es noch andere Skills dafür. Eigentlich finde ich maximale Erfahrung gerade am besten. Dankeschön, Daniel, für den Sub und Dankeschön, Tuttle Squad, für die 100 Bits. Dankeschön. So, ich bin wieder da. Jawohl! Ich bin gerade noch dabei, meine Helden, nach dieser mächtigen... nach diesem mächtigen Sieg aufzuleveln, weil wir einfach so dominiert haben. Sehr gut, Dankeschön, Mighty Pirate. Sehr, sehr gut. Ich bin sehr glücklich damit. dass alles doppelt und dreifach aufgelevelt ist. Die hat sich auch ganz gut eingelebt mittlerweile auf dem Hof. Gewinnt eine Schlacht mit einem weiteren Magier in eurer Armee. Danke, Turtle. Aufstieg und Champs haben wir jetzt. Weitere Magier? Eigentlich hatten wir Village gerade, aber wir waren nicht in der Armee. Auf Rang 30 können wir ein Dämonen werden. Das finde ich geil. Du bist doch schon ein Dämonen, oder bist du kein Dämonen? Meine normalen Helden. Die können auch noch, die können dann später auch zu Dämonen werden. Werden die dann einfach geopfert? Äh, sie steigen schon auf. Dankeschön. Sie werden nicht selbst geopfert, sondern sie werden dann besser. Schöner, mächtiger. Mhm. Besser, schöner, mächtiger sind schon mal gute Beschreibungen. Ich muss gerade wirklich nochmal festhalten. Es ist echt Tag und Nacht gerade. Wir erinnern uns noch an die Schlacht mit Sigwald vorher, wo er einen einzigen Kill gemacht hat. Jetzt Village gerade tausend Kills. Ähm, vielleicht ist Sigwald doch so ein bisschen einfach nur schön und nichts dahinter. Oh. Vielleicht lag ich die ganze Zeit falsch mit ihm. Oh je. Stimmt, Village selber ist auch kein Dämon. Tatsächlich, der wird erst später einer. Der gilt noch nicht als Dämon. Der hat aber nur einen Sterblicher, der irgendwie besonders lustig ist, sagen wir mal. jetzt gehen meine Basallen hier echt aber durch. Das ist ja richtig krass, wie die abgehen. und das ist ja nicht mehr. Der nicht mehr. Pigwald wurde einfach falsch gespielt. Was ist das denn jetzt hier? Ich habe den perfekt gespielt. Das war alles nicht meine Schuld. Lord of the Glade. Let there be peace. Let there be battle. We have met before. Bow before the rightful lords of the realm and I'll hear your demands. Es wird korrumpiert hier. Es ist großartig. If needs must. The lady grants you safe passage in these lands. Ich verkaufe meine Seele jetzt an Bretonnia. Es tut mir auch leid. Was bedeutet das nun genau? Ich habe Handelsabkommen und Handelsabkommen und nicht Angriffspakte mit den Menschen geschlossen und für Geld ausgleichen lassen. Weil meine Armeen, weil ich pleite bin, schon Geldverschleiß hatten. Die Konföderation hat mich richtig richtig fertig gemacht. Also das war finanziell echt ein massives Desaster. Aber immerhin diplomatisch ein Triumph. Ja, es war nicht wirklich worth it, um ehrlich zu sein. Also es wäre für mich sinnvoller gewesen, wenn ich die einfach gekillt hätte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die mir so einen krassen Mali reinknallen. Also war unerwartet unangenehm. Und ich schaue halt gerade, ob ich jetzt irgendwo anders potenziell eine Schlacht gewinnen könnte. Aber so fertig, wie meine Armeen gerade sind, gewinne ich, glaube ich, erst mal gar nichts mehr hier. Die kriege ich auch auf gar keinen Fall. Die sind viel zu gesund. Das heißt, ich kann eigentlich nur... Boah, ich komme trotzdem nicht reingesprungen. Das ist natürlich sad. Das heißt, ich versuche mich hier weiter vorzubewegen. Und dann hoffe ich, dass ich nächste Runde wieder zurückgesprungen bekomme. Und dann muss ich da hinten eh erst mal die ewige Eiche verteidigen, weil die mich alle nicht so geil finden gerade. Boah. Hallo Avacon und hallo J.B. Giselle, einen wunderschönen. Es macht richtig Spaß, Mighty Pirate. Ich finde es auch mega cool. Ich finde es auch richtig cool. was ist mit diesem Waldsprung? Was ist da der aktuelle Stand der Kenntnis? Ich habe Cooldown jedes Mal, wenn ich einen Waldsprung mache. Aber ich weiß jetzt, wie es geht auf jeden Fall. Das ist gut, dass ich weiß, wie es geht. Ich habe mir, glaube ich, mit ein bisschen zu viel Bretonien-Stress angelacht. Aber ich habe es ja jetzt eh schon rückgängig gemacht, so in dem Sinne. Ich glaube, Miao Ying kapiert nicht ganz, was hier passiert, wie ihr Kasai hier unter den Füßen weggebrannt wird. Sie verschanzt sich hier in Po May und sieht um sich rum, wie die ganzen anderen Verteidiger versagen und meine Vasallen hier durch marodieren. Das ist großartig. Ich liebe es. Oh, ich kann sogar hier schon angreifen jetzt, oder? Nee, ich kann es. Wir probieren es. Das müssen wir gewinnen und das müssen wir manuell spielen. Jawohl. Oh. Die Betonen sind ja eigentlich ein bisschen wie Kasai. Ist auch so eine Bauernhorde mit ein paar Rittern drumherum. Ja, ich glaube, das wird mir auch deswegen so schlecht angerechnet, weil meine Armeen so unhealthy sind. Ich glaube, wenn wir das gut machen, dann kriegen wir das auf jeden Fall gewonnen. Hoffe ich. Oh, ist eine Angriffsschlacht? Oh, interessant. Okay. Aber die bekommen halt auch, nee, bekommen sie nicht. Die stehen alle direkt drinnen. Weil sonst hätte ich versucht, die Verstärkung abzufangen. Wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen, stimmt. Aber sie sind drinnen, glaube ich, in der Armee. In der Stadt. Aber ich glaube, dass wir das trotzdem eventuell schaffen können. Also. Ich habe meine Schwestern mit und die sind recht stark. Schau, die Steckeberechnung sieht jetzt auch schon ganz anders aus. Stimmt. Aber alter, die Stadt. Ist ja eine betonische Stadt. Ist wunderschön, ne? Holy shit. Ja. Okay, ich würde dir meine gesamte Bodenarmee geben und würde mich tatsächlich komplett auf die Feinjustierung konzentrieren mit den Zaubersachen und den Flugviechern, damit ich im Hintergrund die Sachen rausbekomme. Gut, was ist dann der Plan? Ich meine, wir können ja eigentlich nur durch die Gassen hier nach oben anreiten. Wir können nur durch die Gassen nach oben, genau. Vielmehr bleibt uns eh nichts übrig. Probiere ich das. Am besten wahrscheinlich von hier. Das sind alles meine Nahkämpfer, sind alles Speerträger, was gegen Breton ja aber ganz gut ist, weil die Reiter in den Arsch haben. So, okay. Alles gut, Mighty Pirate, dafür musst du dich nicht entschuldigen. Städte einfach, ich bin so begeistert. Alter, das sind irgendwie mehr Einheiten als ich dachte. Richtig viel, holy shit. Da werde ich jetzt erst mal versuchen, ihre Bogenschützen raus snipen ist wichtig. Aber die sind halt alle schwach, ne? Die Türme sind ein bisschen das Problem. Die sind halt nicht schwach. Daher wird die Berechnung auch kommen. Also ihre Bogenschützen sehen glaube ich keine Sonne gegen unsere. Ähm. Ich hab so ein bisschen Angst um meinen Adler. Das ist. Aber ich muss diesen Turm rausholen. Was für krasse Artillerie ist das denn? Okay, der Turm ist auch weg. Ja, den hab ich rausgeholt. Ich werde erst mal eine ganze Munition jetzt verschießen, bevor ich da meine Leute in den Nahkampf werfe. Ja, die müssen wir ein bisschen vor. Das ist gerade keine gute Feuerposition, was wir hier haben. Wie kann Maurice ehrbare Ritter angreifen, OMG? Leute, habt ihr nicht Village gerade gesehen? Also ich, ich hab keinerlei moralische Standards. muss zuheben, sie bei dir so ein bisschen zu spielen. Überzeugt mich gerade doch ein bisschen von den Waldelfen. Ich find ja nur immer, ich fand diesen Orion immer so uncool, weil der so ein komischer Barbaren-Typ ist, aber ich find, die hier, die sind schon cool, die Schwestern des Zwielichts. Die sind so ein bisschen stylischer irgendwie. Find ich auch. Ich hab wieder Leute getriggert. Orion ist doch kein Barbare. Doch guckt euch den doch mal an, der sieht aus wie so ein so ein komischer Äh, so. Da hat mal frisch irgendwie das Feuer und das Rad entdeckt. Ich find ja, Maurice wäre ein Skaven das Perfekte. Leute, ich fürchte es tatsächlich auch. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind sie meinem Wesen wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Ich geb es offen zu. Aber ich seh mich schon auch sehr weit ziehen. Alter! Ja, wir hauen die voll weg. Schaut euch an, wie die hier wegrennen, bevor sie überhaupt ankommen. Die wollten hier die Lage retten. Also meine Nahkämpfer spare ich mir immer noch auf. Die haben jetzt hier diese Barrikade weggehauen. Achtung, da wird ein neuer Turm gebaut. Wo? Hinter dir so ein bisschen bei den Toren. Ach, da oben. Meinst du den ganz oben hinten? Ne, da wo wir reingekommen sind. 69, 68, 67 steht da. 69. Achso, ich kann das noch nicht abreißen, leider. weil es erst gebaut wird quasi. Ich glaube, bis der da ist, sind ihre Einheiten alle tot. Ich mag diese Adler. die sind schon geil, ja. Wer schießt diese blauen Geschosse? Das ist mein Commander. Ah, geil. Okay. Ja, das ist so eine Fähigkeit, die kann man aktivieren und dann schießen die diese Strahlen. Und dass sie da jetzt so festgehalten sind und Geschossresistenz, dass die quasi weniger Geschossresistenz haben, gerade diese Axt-Dinger und sich nicht bewegen können, das ist auch mein Commander. Ja, Pia, die Waldelfenpupakanda wirkt ja schon. Vielleicht muss ich auch mal eine Kampagne mit denen machen. Ja, ich gebe es zu. Ah, die können schon was. Die sind schon ganz cool. So, jetzt müssen wir den Turm runterholen. Da brauche ich deine Hilfe wahrscheinlich auch kurz. Wenn die Vogelschützen da drauf schießen, ja. Drei. Perfekt. Jawoll. Gebt auch einen durchgedrehten Waldgeist als Kommandant. Die passt wahrscheinlich sogar besser zu Maurice. Wer ist das nochmal? Waldelfen kenne ich mich wenig aus. Ich fand nur die beiden Startkommander damals beide mega uncool. So ein Baumviech und Orion. die fand ich mega lahm. Drücher, die kenne ich noch gar nicht. Was kann die so, Leute? Sell me. Wir sind so schäbig taktisch gesehen. Ich habe noch keinen einzigen Nahkampf begangen. Ich schon. Weil alles wegrennt, bevor ich da bin. weil meine Pfeile so gut sind. Das macht mir schon Spaß gerade, gebe ich zu. Echt doch? Jetzt leider haben wir gerade mal Munition aufgebraucht. Das ist schade. Wir mussten so ein bisschen in den Nahkampf gehen. und wir sind so auch eine Artillerie. Schau dir die Ranch an. Das Ding schießt gerade. Oh, ja. Geil. Holy shit. Ja, blöd für Breton, ja, wie das hier läuft, ne? Ja, die Schwestern sind schon sehr cool. Die machen schon wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich finde es lustig, jetzt fällt mir gerade erst auf, dass wir beide einen Geschwistergespann spielen. Ja, wollen wir das nicht vergleichen? Auf unterschiedliche Art. Ist das nicht schön? Auch irgendwo? Ja. Hast du Geschwister, Pia? Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Stimmt, hast du... Ja. Ich habe auch eine Halbschwester. Ist das nicht alles wundervoll? Ich glaube, also... Beide sogar Zwillinge. Ja, auch Village ist der Zwilling seines Bruders. Nicht einheilig in dem Fall, aber tatsächlich heißt er sogar der Twisted Twin. Ja. Für wahr. Das freut mich natürlich ausgesprochen. Welches schönes Ding, ja. Also, das freut mich wirklich, ähm... Über alles. Also, das ist toll. Weiß nicht. Verstehe gar nicht, warum du da jetzt so komisch drauf reagierst irgendwo. Kann meinem... Kann meinem, ähm... Dings die Munition ausgehen, meinen Kommandanten? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß es nicht. In der Regel haben wir alle Fernkampfeinheiten Munition. Ah, okay. Das heißt, jetzt gehen die deswegen... Selbst so Magiersachen wie die... wie die Lade auch. Die hat er ja auch Munition. Aber ich meine, wir haben das ja hier gleich. Also... Ich hoffe, wir haben das auch, wenn wir in einem... Dude, wenn ich keine Magie mehr habe, ne? Äh, keine... Sie haben eigentlich nur noch ihren Helden, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Einen Turm, da... Haben wir auch noch was, was gegen den Helden ankommt? Ja, deine doch wohl. Level 14. Äh, das sind Fernkämpfer. Was? Boah. Ist ja auch eine Magierin. Die ist ja auch keine Kriegerin. Ja, schau, wie das läuft. Aber hat wehgetan. Oh, ein Trupp. Gerittene Freibauern kommt sogar noch. Ja. 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 Der Turm macht mir auch ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe da gar keine Munition mehr, deswegen kann ich ihn auch nicht mehr angreifen. Kriegen wir ihn noch mit den letzten paar Pfeilen? Ich habe ihn fast runter. Ah, nee, da ist noch einer. Ja, stimmt, ja. Aber zumindest der direkt neben uns, den sollten wir wegmachen. Die Schwestern haben später auch einen Drachen, ja. Den haben wir sogar schon gesehen. Der ist ziemlich, äh, ziemlich geil später. Okay, die machen jetzt echt hier nochmal uns gut schaden. Jetzt wurde zerstört, komm. Oder wie ihre Moral bricht. Gott sei Dank, ey. Oh mein Gott. Uiuiui, der hat ja nochmal echt einen guten letzten Stand abgeliefert. Ja, aber ich hätte ja laut der Berechnung, hätte ich es ja gar nicht gewonnen, ne? Ja, dann. Laut der Berechnung wäre ich mannhaft verstorben. Also, deswegen, ich bin schon echt zufrieden, tatsächlich. Ja. Ey, die Kampagne läuft deutlich besser. Bei mir nicht. Also, bei mir war ich zu dem Zeitpunkt noch richtig gut dabei. Ich ruder gerade quasi eher so ein bisschen rum. Ah, okay. Und habe so ein bisschen Probleme. Mal schauen, vielleicht kann ich ja irgendwie zu der... So. Mein, vom Regen in die Traufe. Nächste Konföderation. Jetzt mache ich minus 4300. Warum? Ja, ich muss die einnehmen, sonst erklären die mir den Krieg. I have to, so. Es ist halt... Ich muss es sichern. Aber ich weiß noch gar nicht, warum ich damit... Ach, oh mein Gott, was ist das denn für eine Armee? Ja, moin. Oh, okay. Lass das uns mal anders durchgehen. Die legen wir zusammen. Ähm... Die wollen wir haben. Die wollen wir haben. Die wollen wir haben. Hmm. Okay, dann haben wir das mal rausreduziert. So. Schaffen wir diese Schlacht, ist die Frage. Wird schon klappen. Hoffe ich. Okay. Aber dann habe ich jetzt zwei, oder? Ich hätte gern mehr Köche. So. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr hassen mich die anderen Waldelfen jetzt. Ja. Ja, ist die Antwort. Oh, minus 62 ist schon hart. Heißt, als Village gesagt hat, Tommen, du Nare, sie hassen uns alle, hat er eigentlich dich gemeint? Mmh. Offensichtlich. Oh, je. Oh, je. Okay. Oh, oh, jetzt hat Miao Ying den Krieg erklärt. Hallo, King Kyla. Das ist suboptimal. Und hat direkt unseren Verbündeten hier weggefischt. Und Dankeschön, Bubbles, für die 500 Bits. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt hat sie entschieden, dass sie das nicht länger tolerieren will, wie Kassai hier aufgerieben wird. Hm. Frage ist, kriege ich sie mit zwei Armeen hier? Um diese Einheiten zu spielen, fühlt sich auf Momente ein bisschen so an, wie Bauern bei Schach zu verlieren. Weil ich quasi in diese kleinen Siedlungen nichts reinbauen kann. Und deswegen... Ey, sie ist gar nicht so stark. Wenn ich jetzt in diese Stadt reingehe, kriegt sie mich diese Runde auch gar nicht. Wir holen uns erstmal diese Stadt, um hier auf Nummer sicher zu gehen. Gut, wir haben mein Geldproblem erledigt. Wie? Wie meinst du, wie? Ja, was hast du getan, dass das... Ähm, ich hab ein paar Schlachten gewonnen. Ich hab ein paar Sachen ausgebaut. Ich hab ein paar Meen aufgelöst. Jetzt hab ich zwei volle Armeen. Und mach nur noch minus 96. Und hab 5700 Gold. Und baue jetzt noch was aus, was mir Gold gibt. Und dann ist gut. Das hat jetzt funktioniert. Glück gehabt. Das heißt da Glück-Skill. Glück gehabt. So, Leute. Ah, ist nicht ganz voll, aber... Ja. Das ist jetzt aber auch geil. Jetzt haben wir diese Festung hier. Das sieht ganz gut aus gerade. Das hier sieht noch nicht so gut aus, wie wir es gerne hätten. So, und dann bauen wir... Das gibt mir kein Geld. Gibt mir da was Geld? Das wird mir Geld geben. Also mit der Miao-Hing ist so ein bisschen 50-50. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schon stellen will. Oder ob ich hier einen Hinterhalt machen soll. Hinterhalt im Stadtradius, da war irgendwas. Das geht nicht, ne? Sie kann dann trotzdem die Stadt angreifen, wenn ich im Stadtradius bin. Und ich supporte dann nicht mal. Da war irgendwas, ne? Letztes Mal. Weiß das noch jemand, wenn ich jetzt einen Hinterhalt hier so bei der Stadt mache? Das fände ich schon ganz geil, wenn sie da reinrennt. Und ich dann hier Support bekomme. Wir probieren das. Wir probieren das. Sonst müsste Village oder so ihren guten Kampf liefern können. Was passiert, wenn sie dann durch die Stadt durchgeht? Wenn er so im Radius ist, müsste er ja eigentlich auch... Kann er die Stadt dann trotzdem noch supporten? Wenn sie die Stadt angreift? Ich muss auf jeden Fall meine Armeen so zusammenhalten, dass sie sich supporten können. Aber was müssten sie ja hier eigentlich können, ne? Wenn sie jetzt hier angreift, die unterstützen... Ne. Er unterstützt gerade nicht die Stadt, nur umgekehrt. Jetzt aber, oder? Das ist ein Pfeil. Ist hier da kein... Ne, das ist kein Pfeil. Geh nochmal weiter hier hin. Hmm... 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 alles schwer zu sagen gerade mache ich den hinterhalt oder nicht wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass das funktioniert 80 prozent ja easy oder ich weiß halt nur nicht ob ich dann aus der stadt support bekomme bei einem hinterher komme ich ja doch sollte ich naja komm wir machen das auf jeden fall das wird schon dass das hier sieht glücklich aus was war herr mal so alles bewirkt ja 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 schon auch wenn mir vorhin zu zugesprochen wurde dass ich ja immer nur schlechte laune haben habe angeblich ja ja aber da hast du ja auch selbst gesagt deswegen mache ich das ja hier ja verstehe ich also ja so und wir rüsten uns hier auch noch mal mal weiter auf geil jetzt gucken wir was sie macht das wird spannend an sie greift das tor stattdessen an so viel dann dazu ach bist du jetzt quasi auf der anderen seite vom tor oder schon durchgebrochen das ist ja cool das heißt du spielst jetzt quasi die chaos fraktionen die über café hereinrollen genau auf der anderen seite der gleichung von von letztem mal das ist ja mega cool das ist nämlich genau also da haben sie sich hingesetzt auf der kampagnenkarte weil da bislang ja war ja kein held außerhalb sondern nur kairos der irgendwie drin rum gewurstelt ist schon und village ist jetzt der anführer dieser invasion was ich auch ziemlich cool finde das ist sehr cool ja das hat er doch am anfang sauber erklärt ist das glaube ich und mein gehirn hat es wahrscheinlich erfolgreich und sauber wieder verdrängt weil ich einfach damit beschäftigt war zu verstehen wie ich denn jetzt mit meinen einheiten reisen kann wir kriegen ja gleich noch mal richtig ekelhaften kampf jetzt kann ich sie hier drin halt belagern mit diesen beiden armeen könnte aber auch ein großer fehler sein könnte aber auch eine unglaublich gute gelegenheit sein dass diese beiden dinge sind ja oft nah beieinander also wenn ich ihn jetzt hier hin bewege und village kommt dahin kann aber doch er kriegt den support das wird jetzt spannend für hus sieg aber keine einheiten voll und geil ich weibe miau jing einfach in diesem tor gerade ohne verluste das ist der hammer zinge ist mit uns der wandler der wege weist uns den weg glorie für den chaos götter 11.000 gold 1600 seelen geopfert wahrlich ein triumph und auch noch miau jing ne miau jing weg gehauen gibt ja auch noch ein attribut dafür ja also für kassai sieht es gerade nicht so geil aus also euer letzter champion hier ne ist halt jetzt gerade richtig hat richtig gewebert das drachentor da hängt ja auch schon korma attack raus drin also leute da würde ich mir jetzt mal gedanken machen das ist so das ist wundervoll der förderer förderer konföderations malus kickt so hart holy moly äh das tut mir sehr leid je mehr du darüber redest desto froher bin ich dass die chaos krieger noch gar nicht konföderieren können also ich dachte die ganze zeit voll schade voll die coole mechanik die ich nicht habe und jetzt denken wir ach ne ist doch passt einfach um dir so ein gefühl dafür zu geben die einheiten die vorhin plus bei mir bekommen haben im mögen kriegen gerade minus 88 von quasi pro runde und von diesen minus 88 sind minus 40 wegen der konföderation also die hälfte das ist hart ja das ist richtig richtig unangenehm so ich muss halt diese ganzen quests jetzt durchboxen in der hoffnung dass ich halt über die quests hinweg die möglichkeit bekommen die restlichen waldelfen auch noch zu konföderieren weil über sympathie geht es auf jeden fall nicht mehr ja was sagt das über uns pia dass sympathie nichts ist was bei uns funktioniert schwierige sache ja ne ja ja der malus geht wieder weg aber bis dorthin erklären mir die wahrscheinlich den krieg dankeschön kira für die fünf monate und ganz viel spaß ja weiterhin vielen lieben dank für den support das ist super nett dankeschön so ich hoffe jetzt wirklich dass ich diese helden jetzt auch mal ein bisschen behalte und dass die nicht wieder dann gibt es ihnen nicht mehr ich habe ja selbst genug weggeworfen ähm was macht eigentlich endgegner rollo ich habe die mit ich habe das fest verschraubt also das dürfte nicht mehr runter kommen notfalls kann man ja auch den hexenwald sich selbst überlassen und die zweite armee holen ja aber das würde ich ungern ich würde den ungern aufgeben wollen den hexenwald eigentlich der der bewegt sich hier ganz gut eigentlich gerade hallo kira einen wunderschönen guten abend übrigens habe ich auch noch ein ein schönes lob bekommen dass ich auch an dich weiterleiten wollte jemand hatte vorher geschrieben dass er oder sie es sehr cool findet wie wir total war hier rüberbringen und dass es sehr unterhaltsam sei ja es ist schön zu hören wir hatten ja mal privat darüber geredet dass du auch ein bisschen erstmal lernen musstest und ich bin auch noch selber am lernen wie man total war tatsächlich im stream unterhaltsam vermittelt weil es tatsächlich ein spiel ist wo ich auch schon das feedback gegeben habe es gibt gibt auch leute die gucken das gar nicht so gerne weil es schwer ist dem zu folgen und so ähm was was waren da denn so so lektionen die du hattest weil du gemerkt hast okay wie funktioniert das im stream und wie nicht so hm also ich glaube die erste frau die erste lektion die ich gelernt habe war dass man total warm optimalfall nicht alleine spielt ähm ich habe das gefühl dass das halt eine große wichtigkeit insofern hat weil du auch also sie hat schon besser geworden beim dritten teil weil du halt nicht mehr die lange downtime hast was den anderen zug angeht das macht seit noch mal besser besser quasi so aber das spiel ist ja trotzdem ein sehr ich sag mal ein sehr langwieriges spiel und damit steht es ja im kontrast zu dem was sag ich mal der otto normal verbraucher auf twitch normalerweise sonst schauen würde die meisten leute würden eher sag ich mal was als kürzeres runden basiertes schauen als also kürze runden basiert eher im sinne von wenn man sich anschaut was halt so gut funktioniert hast du so sachen wie league oder valorant oder csgo das heißt du hast immer wieder so kleine runden die von neu starten wo du halt dann von neu mitfiebern kannst und was halt irgendwie so schnelllebiger ist und bei den strategie teilen habe ich halt das gefühl dass so echtzeit strategie meistens besser an kam kommt auf twitch also so aufbau sachen und ich finde das was ist halt bei bei war haben also bei total war generell macht dass wenn du halt mit wem zusammen spielst wo man halt dann nebenbei quatschen kann weil es sich halt wirklich lange ziehen kann so eine runde kann ja auch mal 80 stunden gehen so das ist halt das ist halt schon sehr sehr lange und ähm deswegen das war für mich wahrscheinlich einer der der wichtigsten learnings an der stelle stehe ja dankeschön für die 200 bits das ist total lieb ja das stimmt das glaube ich auch schreibt auch gerade jemand ich muss sagen total ist absolut nicht mein spiel würde ich nie spielen aber den stream von euch beiden sehe ich mir jeden an wenn ich am rechner bin das ist total cool zu hören das freut mich sehr ich glaube verbessern mal noch das höllentor leute das hat uns vorher gute dienste geleistet ich freue mich sehr darüber dass ich jetzt meine geld situation ein bisschen gebessert habe ich liebe die schwestern ähm also nicht das erste mal dass ich die schwestern spiele muss man an der stelle sagen ich habe die schon ein paar mal gespielt in der vergangenheit auch und ich finde die einfach großartig die machen richtig spaß zu spielen ich hatte auch einen positiven eindruck jetzt in der kurzen zeit sogar nur äh hat was die sind echt cool sooo was bauen wir jetzt hier noch aus damit sich unsere finanzielle situation noch ein bisschen verbessert ach können wir noch gar nicht ne da können wir nur schon zur verbreitung einer seuche reduzieren und die kontrolle hoch bekommen wobei das ja auch gar nicht so schlecht wäre aber das geld dafür will ich gerade eigentlich noch nicht ausgeben dann lasst uns mal schauen ob wir stattdessen hier was bauen in den hexenwald weil hier kriegen wir ja hier bekommen wir noch mal generiertes einkommen warum blinkt das die ganze zeit das ist halt teuer na gut das ding will auf jeden fall dass ich es baue dann baue ich das jetzt das feedback finde ich finde ich sinnvoll von mj dass wir mehr schlachten spielen sollten auch wenn es nicht immer so sinnvoll ist weil es spannender zum zuschauen ist stimmt ja das könnten wir auf jeden fall noch machen das werde ich mir zu herzen nehmen dann weiß ich auf jeden fall für nächstes mal dass ich noch mehr auf die fresse kriegen muss also grad haben wir es ja genau so gemacht ne diese kassai schlacht von vorhin hätten wir auch äh und da fühlst man nämlich dann auch auf ah ok geh mal entgegen deinem eigenen strategischen faulheitsinstinkt und gibt den leuten mal ein bisschen hier ein blutbad weil äh weil das wollen sie hallo bambi ich finde es schön dass pia beide chats liest das ist tatsächlich auch was woran ich was ich mehr machen will ich tue man dann immer irgendwann wenn ich irgendwie wieder fenster verschiebe dann ist wieder meine im fullscreen aber ist absolut richtig also hallo pia chat nochmal was geht ganz frech überall am drinsitzen immer am linsen ja natürlich ich muss ja sofort sehen wenn ich bei mir perma bannen muss ja richtig ihr werdet beobachtet leute also benehmt euch ne das ist äh anstand erwarte ich hier oh mein chat begrüßt dich jetzt oh das ist nett das ist auch süß ja das ist in der Tat oh alle ich sehe sehr viele winkende Eumel das finde ich wundervoll lass das mal nicht machen das ist mir zu teuer aber die könnten wir angreifen angreifen da könnten wir hallo na ich bin jetzt direkt vor deiner nase was wo ich bin ne ne ich bin dem zwerg ins gesicht gesprungen ah also ich bin den wirklich literally angesprungen und sitz halt jetzt vor ihm und bin so hi na dankeschön chico wiko für die 32 monate vielen lieben dank für den resub willkommen zurück bei den Eumels und dankeschön zu dame für den prime auch an dich ganz viel spaß gewalt ja ich kann diese städte an meine basalen verschenken dankeschön dankeschön und das ist mit den chaos kriegern glaube ich auch schlau ähm dankeschön dort sterne weil und hallo lupus du kannst zwar da auch was machen und es bringt dir durchaus auch sachen zum beispiel heldenkapazität ähm aber ich glaube der wert ist eigentlich höher wenn du das einem Vasallen gibst der damit halt wirklich einfach mehr anfangen kann was machst du eigentlich noch so die woche streamst du noch noch quasi am wochenende morgen ist äh äh der der stream in einem gewissen outfit ab 14 uhr mit äh montag genau wahrscheinlich schon vormittags ich werde vormittags ein bisschen ESO spielen jawohl und dann hoffentlich im Anschluss cult of the lamp abschließen geil damit ich dann quasi nach der Gamescom frisch mit Frontier weitermachen kann ähm das ist ein wundervoller Plan ja ja morgen nutze ich noch ein bisschen den Samstag und verbringe ein bisschen Zeit mit Hund und Freund warte mal mit Freund und Hund in dieser Reihenfolge in dieser Reihenfolge ich wollte auch gerade sagen ich hatte tatsächlich Hund tatsächlich eher als erstes im Kopf gerade weil wir wahrscheinlich zum Hundestrand oder so fahren und ein bisschen so schönes Wetter genießen ah das könnten wir jetzt spielen dann habt ihr noch eine schöne Schlacht ja wenn du noch Zeit hast jawohl Zwerge kloppen mach mal immer gerne das sind die denen ich ins Gesicht gesprungen bin sehr gut Clan am Grund braucht doch niemand wow ich bin halt ich bin halt super gespannt weil du bist nicht auf der Gamescom ne ne leider nicht warum Moris warum es hat irgendwie es gab nicht wirklich einen Grund so und wow ja ein wenig bereue ich es schon weil ich immer das Networking auf der Gamescom auch sehr mag also da kommt halt sehr viel zusammen was du sonst auch gar nicht triffst so auch aus aus anderen Ländern ne verschiedenste Entwickler von über sie auch und so es ist schon immer eine ich habe es schon sehr sehr vermisst eigentlich ähm was machst du Feines auf der Gamescom arbeiten ähm also ich bin arbeitstechnisch tatsächlich komplett eingeplant ähm es wird sehr sehr anstrengend werden von dem was ich bis jetzt gesehen habe aber ich freue mich sehr drauf ähm ich lerne ein paar Entwickler kennen worüber ich mich sehr freue mit denen ich teilweise schon ähm sehr lange oder sehr viel zusammengearbeitet habe und deswegen bin ich da echt wenn du sagen darf ich weiß nicht wie viel ich sagen darf um ehrlich zu sein ah deswegen schweige ich lieber sicherheitshalber bis ich weiß wie viel ich sagen darf ähm darauf freue ich mich sehr und ja also ich bin halt wirklich komplett zugebucht äh wir haben tatsächlich sind wir sogar so weit gegangen dass wir gesagt haben ähm ich selber weiß gar nicht mehr an welchen Tagen ich wo sein muss sondern Latti ist quasi mein Gehirn also meine Assistentin die ist mein Gehirn und die schickt mich von A nach B weil es einfach so viel ist dass wir keinen keinen Überblick mehr haben mit da in der Person Hallo sagen da also es ist nicht alles bezahlt um Gottes Willen dann wäre ich reich danach ähm aber es sind echt viele Sachen und ich bin super gespannt sehr aufgeregt ja und es ist ja auch du du hattest noch gar nicht so viele Professionelle der Gamescoms oder keine bis jetzt das ist die erste ich war vor vor fünf Jahren war ich mal auf der Gamescom da hatte ich so 150 Zuschauer damals als quasi Gast und hatte halt so ein eine Podcast Aufnahme auf einer Mini Seitenbühne das war so das einzige was ich gemacht habe und das war unbezahlt und jetzt bin ich so okay wir kommen Dienstag an ich habe Dienstag direkt zwei Termine und bin bis 18 Uhr am Sonntag komplett zugebucht und bin so meine beste Freundin ist da ich hoffe wir schaffen es dazwischen essen zu gehen das wäre cool das ist schon echt krass ich muss eine Sache gerade fürchte ich kurz auf den Bildschirm legen ja mal wieder jemand dreist war ich muss kurz gucken ob man das aussieht äh es hat jemand tatsächlich gephotoshoppt uns als Village da da ja alter Lucio ey mein Gesicht ha 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 einfach das ist das Gesicht das ich haben werde wenn ich von der Gamescom komme leafael dafür solltest du dich doch entschuldigen dafür solltest du dich auch entschuldigen hier Oh, Jesus, das sieht ruhig mal aus. Oh, das ist wundervoll getroffen. Das ist perfekt getroffen. Das ist ganz wichtig, warum wir tun das jetzt wieder weg. Jetzt holten wir ein paar Zwerge, um das zu vergessen. Auf die Zwerge freue ich mich, auf die Schlacht freue ich mich auch. Ja. Um da vielleicht ein paar Einheiten ein bisschen aus der Nähe zu zeigen. Wir haben da vorne Baumschrate. Die sehen ganz cool aus, finde ich. Dahinter haben wir kleine Gespenster-Triaden. Die Fluchviecher kennt ihr ja schon und sonst ist nichts Neues dabei eigentlich. Let's go, oder? Ja, auf geht's. Ich dachte jetzt gerade, du meinst, die Zwerge willst du zeigen. Ach so. Aber die sind offenbar nur zum Sterben da. Hätte man die zeigen können? Nee, da ist ja nichts. Ich würde dir tatsächlich doch noch mal ein paar Einheiten mehr geben. Weil ich Angst habe, dass ich mir da was wegweber. In meiner spielerischen Arroganz. Ich glaube, ich... Lauf ich rein mit den Baumschraten? Wahrscheinlich schon, oder? Ein bisschen können wir sie ja noch erstmal aufweichklopfen mit den Pfeilen. Ey, wie wir die hier wegballern, ey. Okay, rechts kommen so komische Granatwerfer, Zwerge. Dann geh ich da mal helfen. Ja, ich fahr in die Samke. Meine armen Dreaden da. Die krieg ich, glaub ich, nicht mehr rausgezogen. Ich geb's zu, ich werde zunehmend ein Freund der Waldelfen. Wir haben schon... Ich mag die eine Seite des Volkes. Ich mag so die die Ninja-Seite des Volkes finde ich cool. Nur so die Holzbarbaren-Seite des Volkes finde ich nicht so cool. Und die Schwestern scheinen ja mehr auf der Ninja-Mardier-Seite zu sein. Und deswegen finde ich sie durchaus ganz cool. Die machen alle grad schlaue Sachen. Die Schwestern hier, worauf schießt ihr... Die Schwestern hier, worauf schießen! Die Schwestern hier, worauf schießt ihr! Ja, der Held hat so komische Ahnengeister als Helden, ne? Den hab ich auch nie gespielt, aber das ist eine spezielle Mechanik von dem, glaub ich. Dass der die hier hat. Achtung, grünes Gift. Schön. Wollen sie ein Buch des Grolls mit mir als Einband machen in deinem Chat? Also kaum lebt sich das Möderwitt, werden sie auch wieder albern. Das ist... Hmm. For Hegarty! Flatten them! Fight as one! Power of the Forest! The Fiori of Spreng! Dass der nicht sterben kann, solange sein anderer Held lebt. So, jetzt haben wir das klassische Problem, dass halt der gegnerische Held da noch ist. Diesmal haben wir da nicht so ein großes Problem, glaub ich. Ich krieg nur die Bogenschützen daneben grad nicht tot, das ist eher... Und ich verstehe noch nicht genau, warum die so viel aushalten. Dabei haben die... Die sind schon unter Gift und unter... Keine Ahnung, was alles, aber... Keine Ahnung, was all das nicht? Das war die es ist. Die Mannschaften der Schöne. Das war die Menschen. Wir sind nicht so für die Blase. Das war die Menschen. und drehen sich Ja, da kommt her, ihr Bartträger. Ah, die kommen da von der Seite nochmal, ne? Ja. Ich behake sie gerade schon ganz gut. Das ist ein kleiner Bonus-Schaden von mir. Ich glaube, wir brauchen noch ein Item mehr, das ein bisschen mehr Schaden macht, auf jeden Fall. Ja, das Problem ist, wenn ich halt näher rangehe, dann treffen die auch besser, Leute. Ich bin auf Long Range besser. Deswegen weiß ich nicht, ob noch näher rangehen. Ich meine, der hat... Lafischer Elben gegen Zwerge im Moment, ne? Die wollen hier irgendwie Nahkampf. Wir rennen alle weg und kaum, dass sie sich umdrehen, trennen uns auch um und schießen wieder. Ist richtig schäbig. Wir sind die Mongolen der Warhammer-Welt im Grunde. Gibt ja keine wirklichen Mongolen in der Warhammer-Welt, oder? Die Uga sind mongolisch gestylt, aber haben ja mit den klassischen Taktiken der Mongolen überhaupt nichts zu tun. Ja. Nämlich schnelle... Was eigentlich schade ist, ich hätte gern so eine Pferdebogenschützen-Armee, so ein Genghis Khan im Warhammer-Style. Das fände ich eigentlich ziemlich cool. Aber ich glaube, die Chaos-Krieger sind so ein bisschen... Nee, nicht wirklich eigentlich. Ich habe übersehen, dass der da noch einen Commander hat. Ja, genau. Der ist fies. Wieso hat er denn zwei? Das ist eine gute Frage. Kann der bitte aufhören, zwei zu haben? Ich kriege den einen schon nicht richtig down. Äh, genau, das meine ich. Aber guck, wir tun ihn richtig feige, tanzen wir um ihn rum. Und er kommt einfach überhaupt nicht in den Nahkampf. Ich hoffe ja, dass wir den einen hier jetzt gleich wegbekommen. Den Geschoss-Spezialisten hier. Also langsam wird es echt Zeit, dass der jetzt fällt, so. Ja, er flieht. Belliger Eisenhammer. Gott sei Dank. Alter. Lass uns aber noch töten, auf jeden Fall. Ja. Damit die nicht wegkommen. Mit Pleasure. To battle. Das hat uns ordentlich was gekostet, ey. Holy shit. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen, wenn ich es nicht gespielt hätte. Aber ich wünsche euch das gerne. Aber der Chat wollte Blut. Der Chat bekommt Blut. Der Chat wollte Blut, der Chat bekommt Blut. Hier, bitte. Nehmt euer Blut und ergötzt euch daran. Ihr Monster. Blut für den Blut-Chat. Wir haben auch viele Schädel jetzt auf den Schädel-Thron gehievt, würde ich mal behaupten. Was ist mit denen weggestorben? Aber wir haben ihn halt komplett gewiped, was natürlich wundervoll ist. Mir ist einmal das hier und einmal das und einmal das. Ist nicht schlimm. Also war tatsächlich gar nicht so schlimm. Und ich habe ordentlich Gold gemacht. Dafür ist jetzt Kackerson wieder da unten und geht mir auf die Nerven. Aber das ist auch nicht schlimm. Aber dann war das doch ein wunderschöner Abschluss heute, oder? Ich finde auch, Triumph über Triumph. Kaffei brennt. Die Zwerge sind im Untergrund begraben, wo sie hingehören. Was will man denn auch mehr? Ich speichere mal. Warte mal ganz kurz, bevor du speicherst. Ich bin einmal in meine Eiche wieder reingesprungen, damit ich das nicht vergesse in der nächsten Runde. Sehr gut. Und das war ja richtig schön. Ich nenne es Triumph, das Save-Game. Das ist ein bisschen Reach the Sun für die 20 Monate und ganz viel Spaß ja weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Warum kein Teleport zu Maurice? Weil ich tatsächlich bis jetzt keine Möglichkeit hatte, weil ich so belagert bin mit allem. Aber bei Runde 33 finde ich das bis jetzt auch gar nicht so schlimm, weil ich jetzt mit meinem nächsten Teleport zu ihm reisen werde, beziehungsweise entweder zum Spukwald oder zum Dschungel von Chian. Wobei es auch egal ist, zu welchem von beiden Bereichen ich reise, weil er ja eh noch nicht da ist. Also, er wartet gerade noch nicht auf mich. Wir sind circa gleich weit nah rangekommen an unser Treffen. Das ist bis jetzt alles im Rahmen. Aber ich bin schon ein bisschen begeistert davon, wie ich wirklich Kathai komplett wegrasiert habe. Ihre größte Verteidigerin ist tot. Dankeschön, Mighty Pirate für den verschenkten Sub und der Geschwindigkeit des Sun für 20 Monate. Danke, danke, danke schön. Kein so gutes Leben gerade für die. Nee. Nee, in der Tat ist das nicht, klingt nicht so gut. Nee. Aber Spaß hat's gemacht. Absolut. Auch wenn's für die jetzt nicht so gut ist. Ja, Spaß ist ja immer subjektiv. Spaß für manche ist halt auch manchmal dann Spaß gegen andere und so. So kann man's auch nennen, ja. Deswegen kann ich nur zurückgeben. Es war mir ein Fest, Pia, mal wieder ein bisschen hier mir schlechte Laune zu holen, die ich ins nächste GameStar-Video kanalisieren kann. Das ist ja unser Deal. Ganz wundervoll. Das ist so schlimm, ne? Ich hab jetzt auch ... Boah, heute hab ich in der Kommentar-Section ... Ich war ja bei dem Pen on Paper von den Rocket Beans eingeladen vor ein paar Monaten. Und heute hab ich in der Kommentar-Section gelesen, als Kritik an die Rocket Beans, ist großartig. Pen on Paper ist cool, aber sie verstehen nicht genau, was die zwei Weiber da machen, weil die können gar kein Pen on Paper. Aber das passiert halt, wenn man sich Frauen dazu holt, die nichts anderes machen außer Beauty-Content, die halt nur Make-up können. Und dann hätte man halt richtige Leute einladen sollen. Und einer aus meiner Community hat drunter geschrieben, ja, Shioca ist auch absolut bekannt für ihren Beauty-Content. Ja, Leute, ey, das ist ... Das ist einfach so. Ich mach morgen Beauty-Content. Morgen, Leute, gibt's, weil ich mich zu einem Stuff-Goal verleiten ließ, ab 14 Uhr einen Stream in einem fancy Mittelalter-Kleid-Outfit. Das ist mega cool, ey. Und wir spielen Max Gentleman Sexy Business. Alter. Die viktorianische Dating-Sim, in der du dein Familienimperium retten musst. Indem du mit deiner Familie schläfst, oder wie genau? Nein, mit deinen Geschäftspartnern und Partnerinnen, je nachdem, wie du willst. Ach, schön. Das klingt ja ... Das klingt wundervoll. Und du hast wundervolle Dates. Vor allem, was toll ist, die Dates hast du halt alle mit sehr wohlhabenden Leuten. Deswegen sind das dann Dates, wo es schon direkt losgeht mit so, ja, ich nahm mir die Freiheit, das ganze Restaurant zu kaufen, damit wir unter uns sind. Alter, was ist das? Ich hatte mir überlegt, einfach nur die Bediensteten zu bestechen, aber das schien mir dann doch zu pöbelhaft. Es ist tatsächlich authentisch, es ist ein absurdes Spiel, aber es ist authentisch, ein unglaublich witzig geschriebenes Spiel. Aber hey Leute, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr morgen hin müsst. Ihr werdet Maurice in einem wundervollen Outfit sehen, mit wundervollem Make-up und wundervollen gesellschaftlich relevanten Inhalten, gesellschaftskritischen Inhalten über gekaufte Restaurants. Morgen, Leute, der Markt hat ja auch das Outfit geregelt, ne, weil wenn die Subs nicht gekommen wäre, der Markt hat alles geregelt und Sonntag könnt ihr alle zu Pia gehen und Cult of the Lamp und ESO euch anschauen. Wann geht's denn bei dir morgen los? 14 Uhr. Ja, voll gemütlich, ey. Und bei dir am Sonntag? Weiß ich noch nicht, wahrscheinlich sogar schon vormittags, aber ich weiß noch nicht hundertprozentig, irgendwie 10, 11, mal gucken, also ich guck mal, was im Wochenplan steht. Im Wochenplan steht 12, wahrscheinlich früher, wir mal gucken, aber irgendwie sowas um den Dreh. Ja, wird doch, wird gut. Bist du für heute schon raus? Ich bin für heute raus. Du auch? Ja. Ich geh jetzt an den Feierabend noch was essen, ich hab auch Hunger. Ja, ich, äh, also ich hab jetzt auch diesem großartigen Triumph hab ich nichts mehr hinzuzufügen, deswegen, äh, wünsch ich dir einen wundervollen Abend Pia und ne schöne Gamescom vor allem. Äh, das muss man auch noch mal anmerken, wir pausieren nächste Woche unsere Kampagne natürlich, weil Pia auf der Gamescom ist, äh, und auch ich, äh, gut eingespannt sein werde, weil ich bin zwar nicht auf der Gamescom, aber wir streamen natürlich über die Gamescom bei Max und bei GameStar sehr viel, äh, aber die Kampagne ist nicht vergessen, sie wird weitergehen, ähm, nur dass ihr da auch Bescheid wisst, dass ihr euch nicht wundert, nächste Woche nicht, aber das heißt nicht, dass sie abgebrochen ist, denn, äh, dafür hatten wir auch gerade viel zu viel Spaß. Die Woche drauf dann wieder. In der Tat. Perfekt, dann wünsche ich euch eine wundervolle gute Nacht, genießt es, genießt das Wochenende, genießt ein bisschen das kühlere Wetter, das zumindest bei uns eingeschlagen hat und wir sehen uns. Ein bisschen bei mir auch hier, ja. Perfekt. Truehus. Adios. Das war's. 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 Das war's.